ja ja der blöde weg kann ich fast vergessen dann schauen wir noch mal in die grad das weitergeht traumsequenz geht höchstwahrscheinlich weiter oder nicht das weiß ich noch nicht bürokomplex sollt man irgendwas hier nehmen die musik ist man die selber also davon aus dass hier immer noch in der traumsequenz sind was das angeht ja wenn ich schon die tür aber so in die hand nehmen kann ausgang wurde versetzt okay manchmal das ist doch das riecht nicht das war jetzt auch schon wieder so eine phase okay hier fällt alles im kreis wie ich schon sehe ich muss hier eigentlich nur über die und hinweg aufbau aus sieht aus wie so ein aufbau das heißt ich muss hier weg das heißt sie brauchen nur was passendes weg zu kommen und 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 Wäre ich doch die Aussage, oder? Ist das hier? Ist das alles? Ach, geht's doch jetzt weiter, oder? Okay. Wir wollen natürlich irgendwas. Obwohl, da liegen ein paar Sachen rum. Nee, ich brauche das aber. Was ist das denn? Warte mal. Warte. Ha! Okay. Da muss noch irgendwas. Hier fehlt was. Ich glaube, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich glaube, da muss ich das noch mal verletzen. Da muss noch was, ich glaube. Ich glaube, da muss ich das noch mal Belt. Da muss ich das noch mal verletzen. Du bist so schön. Ja. Ich wollte ja eigentlich nur hier hoch, ne? Annehmen kann ich ja auch nichts. Irgendwie bringt das hier nichts. Das ist so, als würde ich hier, also hier ist ja eine Lampe, die ist passend angemalt, hier ist halt ein Filternverstück ausgerissen. Wüsste ich jetzt aber nicht, was das sein soll. Was ist das aufgemalt, ne? Ja. Ich wüsste nicht, was das sein soll. Das ist es gerade, ich weiß nicht, was das sein soll. Mal diese Bestandung. Knüpfe auch, anders bringt das nichts. Total unnütz. Ich bin jetzt gar nichts zu blöd, das zu kapieren. Das müsste ich wahrscheinlich von das mitnehmen und ich kapiere es nicht. Na gut, finden wir raus, wir speichern mal eben und gucken, nächstes Mal nochmal. mal gleich Video! Bob Hohala. Welche Vor. Vielen Dank.